... Musik ... 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 Tja gut, aber das interessiert mich gar nicht. Da gucke ich gar nicht drauf wieviel Rennen ich habe oder wieviel ich nicht habe. Vorab mit ein paar netten Jungs, das macht mir Spaß und das ist wichtig. Wer ist denn der Grüne? Der Grüne Golf? Der Grüne Golf? Das bin Matheomorph ist das. Ich sehe nämlich das Logo nicht drauf von meiner Startposition aus. Schaut nicht hässlich aus. Das ist interessant zu sehen, wo manche Leute bremsen und andere nicht. Schaut nicht. Okay. Der, der hier in der Wand, ist der vor mir. Blitz? Ja, Blitz habe ich auch gesehen, den Blitzkrieg. Ich bin nach links immer. Oh! Oh! Boah! Ja, davon kannst du noch ausgehen, Blitz, dass er in der Rechtskurve nach innen zieht. Das war in meinen Augen dein Fehler. Ja. Du hast... Du hast... Da macht er die Tür zu. Muss er doch fast. Ich war ja außen von ihm. Ja, ich musste auch in der Linie bleiben. Na, du konntest da nichts dafür. Ich war ja nix von dir. Du konntest ja gar nicht anders fahren. Das hätte er sehen müssen. Das ist der Blitz, muss er dicht haben. Naja. Wir sind hier hinten und hier in Paris. Sorry, Riva, weil du ein bisschen zu früh gewollt bist. Das bin ich doch nicht. Bist du nicht hinter mir? Nein. Oh mein Gott, auch das noch. Ja, ich war zu früh auf der Wand. Ja, das habe ich vorhin gesehen, dass dir das nicht passiert. Ja, hat er schon zweimal geschafft. In einer Runde. Nein, mein Scheiß. Danke schön. Doch, ich glaube, es ist auch ein Gebüsch. Nein, das war's. So schön weit vorne, ganz schön. Was ist er, langsamer? Ja, ist er auch. Ja, in der Kurve ist er ein bisschen, etwas kurvenvolliger als der Golf, das ist der einzige Vorteil ansonsten. Ich weiß nicht, ist er zu langsam. Der Golf ist schneller. Der Lehrling ist da. Oh, gibt es den auch noch? Ich zieh noch immer. Oh, shit. Oh, shit. Das war's. Ich zieh noch immer. Oh, shit. Da fährt die Ratte außen vorbei. Das war ja krass. Oh, shit. Oh, shit. Das ist bei mir schon wieder dieser scheiß Bildschirm bestellen. Dann kann ich auch weiter drücken. Ja, das ist aber schon seltsam, was es gehofft wird, dass normalerweise nicht passiert ist. Aber normal am Tag passiert das wenigstens. Aber keine Meldung, gar nichts irgendwie, dass jetzt was aufmacht oder so. Das war mir leider nicht noch zu klein, da war es zu schnell wieder am Startkreis. Das ist der Sieg. Und hier erreicht ein Fahrzeug das Ziel. Aber dein Kamikaze-Versuch vorhin, der war schon krass. Deiner? Deiner, ja. Wo die die Emma rausgeschmissen hat. Da... Ne, vorher war es eben immer... ...Erste Runde. Ne, wie heißt der? Morphy, Dingsda? Ja, mal die Morph. Ja, genau. Ja, alle zwei. Du hättest zumindest die anderen vorbeifahren lassen sollen. Ja, in der Kurve ist das auch überholen, ne? Du, 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 du... Tschau-